Jeden Tag um diese Zeit gibt es Küchentipps von unserem Kochprofi, von Dominik. Gestern haben wir nur gehört, welcher Wein zu welchem Essen passt, heute welches Bier. Extra scharf mit Süß. Kochtipps auf Live-Radio mit Dominik Süß. Dominik, auch beim Bier ist es so, dass gewisse Biersorten perfekt zum Essen passen. Wie ist das? Die Biere sind nur vielseitiger als die Weine. Von einem hellen, leichten Bier über starke Biere. Du kannst mit Molz spülen, mit verschiedenen Hopfensorten kannst du dich spielen. Ich habe witzigerweise auch den Biersommelier gemacht, den Milchviertel. Da ist es so, in Österreich das meistverkaufte Bier ist ein Märzenbier. Es gibt so etwas wie zum Beispiel Pale Ale, vielleicht hast du das schon mal gehört. Das ist ein obergäriges Bier, sehr frischend, sehr hopfig, sehr aromatisch. Finde ich ganz cool im Sommer auf der Terrasse, zum leichten Salat, zum Fischerl dazu. Und es gibt da dann Bock, zu Weihnachten den Bock, den kennt jeder. Dunkle Biere, das wäre dann wieder was natürlich, vielleicht so ein Reh, zu Wildgerichten im Herbst dazu. Oder einfach von Kamin zum Genießen. Extra scharf mit Süß. Kochtipps auf Live-Radio mit Dominik Süß.